ja guten morgen hier auf der mein schiff 5 bei der kabine 100 86 ich habe gerade von der wort reiseleitung eine karte geben lassen damit ich mir mal eine junior suite angucken kann man sieht auf dem ersten blick schon das ist ein unterschied ob ich jetzt eine balkon kabine nehmen oder ob ich eine junior suite nehme das ist schon kein vergleich breiter noch mehr schränke es ist schon sehr schön eingerichtet auch mit dem steckdosen am bette oben aber nur auf der einen seite großer fernseher also größer als ich denke dass er größer ist als auf den balkon kabinen und auch tieferer balkon und auch breiter also die kabine selber ist ja breiter und der balkon dann natürlich auch was besonders schön ist wie gesagt wir sind hier auf der mein schiff 5 wir sind auf der asienroute und kommen morgen wieder an singapur an morgen sind unsere 14 tage vorbei sowas ist natürlich klasse riesiges bad riesige dusche doppel waschbecken das ist schon sehr sehr schön und als junior suite gast hat man natürlich auch den zugang zur x-lounge und die werden wir uns wohl heute nachmittag mal ansehen ja die kabine 100 86 mein schiff 5 junior suite klasse